Wer versucht meine Linie zu gehen? Seh ich. Ich drehe noch nicht ganz mit dem Audi. Ich habe schon mal 3 Zehn zurückgefunden. Geil, geil, geil! Mach weiter so, Mann! Ich bin wieder weg. User left your channel. Der lasst mich kaputt. Wow, fast eine Rekunde. Das sag ich ja, ne? Du hast insgesamt 10 kmh mehr gewartet. Ich habe nichts zu gemacht. So. Ich fahre mit meinem normalen Setting. Eine Sekunde schneller. Passt. 9,33 kmh schneller. Platz. Hier. Ja, ich habe nur 1 vor mir und nur 2. 1 Sandwich, falls es noch passt. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 1. 5. Untertitelung des ZDF, 2020 42, 2 Ich bin 1,3 Sekunden weg von dir Ich curse direkt eine Sekunde hinter mir Danach geht es schon noch bergab 44, 3 45 47 51 Oh, dann wo eine 58 Was habe ich gesagt, der fährt eine 2.0 Ich bin 1,5 Ich bin 1,5 Naja, Noah muss jetzt aber nur noch einmal anklotzen, ne? Oh, will er das? Ich bin nicht Aber er fährt 0D fährt auch Die fahren beide hintereinander Die holen sich Windschatten Ne, ne, die haben so viel Abstand dazu holen Windschatten Und da ist das말ge mach das meine box ist ziemlich weit in der mitte jetzt auf einmal immer war die am anfang war es unterschiedlich unter auch im rennen kriegst du die wieder anders ich glaube nicht hat dieser die immer gleich belegt die ist im Wir kommen eben aufs Klo. Ja. Ich schwör dir, der Kevin hat zum Morgen das haben einen Controller. Die linken Clowne sind alle Punkte. Das ist aber auch so. Ja. Vielleicht kann ich mich dazwischen kummeln. Ich probier's. Das wird schwer. Ich fahr jetzt vor Risiko. Ja, ein paar Korn. Ja. ... ... ... ... ... ... ... Okay. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war es gut.